Die Themen dieses Films sind der Klang und die harmonischen Obertöne. Hier sieht man, wie ein Klavierspieler eine Reihe von Tönen spielt. Physikalisch betrachtet ist diese Alltagsformulierung allerdings nicht korrekt, denn für einen Physiker erzeugt das Anschlagen der einzelnen Klaviertasten keine Töne, sondern Klänge. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.